Und dann gehen wir in die Fun-Zone. Ich bin untröstlich. Die Fun-Zone ist momentan aus Sicherheitsgründen gesperrt. Oh. Okay, wir haben es wohl wirklich ruiniert. Gut, wie sind diese Disketten hier organisiert? Datasette 01. Der Gen-Code eines amphibischen Kriechtiers mit hornigen Patschehändchen, gelben Schuppen und einem garstigen Gemüt. Okay, wir brauchen die Riesenmade. Ohne mich hier als Gott aufspülen zu wollen. Aber brauchen wir wirklich Maden in unserem neuen Gen-Pool? Ach komm, so eine kleine Riesenmade ist doch... Ah, die ist doch... Guck dir die Ahnung, wie süß hier ist. Ich muss meine Sachen nicht desinfizieren. Da sind nur die Bakterien aus meinem Mantel drauf. Und die können mir schon lange nichts mehr anhaben. Aber da wachsen schon Maden drin. Naja. Scanner DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Ach, war ja klar. Natürlich. Aber bestimmt der Rest. Und zwar der Stinkmuffel. Scanner DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Und wieder eine Niete. Scanner DNA-Probe. Hey, hey. Das war meine Hand. Erkenne Spezies. Clown-Klon. Bitte was? Du rubrizierst mich unter Clown-Klon? Update Datenbank und Druckersicherungsdata-Settel. X, X, brr, brr, mi, mx, x, brr, mi, mx, brr, mi, mx, x, brr, mi, mx, x, mx. Ach, das ist ja unerhört. Wies. Hey, her damit. Und jetzt Hobel. Oh, was wollen wir uns den Quatsch mal anschauen hier? Ah, Moment, Fischli! Ach, was! Du willst doch den Fisch da! Da ist ein Fisch drin! Ersteh nochmal den Fisch! Ach, Mist! Setter 02, Clownfisch! Ja, wie? Wer hat den denn angemalt? Das soll meine DNA sein? Niemals! Der war viel zu traurig! Oh, jetzt sind die auch noch durcheinander! Oh, den lassen wir besser hier nicht raus! Drei, zwei, eins! Meins! Äh, dann ab in die Chillout Zone! Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich! Bist du irre? Das ist ja viel zu groß! So kann das doch niemand streicheln! Nimm es weg! Ach so, man kann doch auch große Tiere streichen! Da sehen wir doch nix! Okay, wir wollen uns ein Wolperdinger generieren! Und zwar aus Datasette 3 und Datasette 1! So, jetzt können wir doch die Dinger hier... Ach so, wir können das jetzt austauschen, nehme ich an, ne? Ja, wunderbar! Oh, okay! Statur! Wir wollen auf jeden Fall die Statur des, äh, der Echse! Die ist nämlich schön klein und knuffelig! Wir wollen die Behaarung des, ähm, Dings da! Bären! Ich nehme an das Gemüt! Oh ja, wir wollen böses Gemüt! Das ist schön! Extremität! Nein, nein, schön sanft! Und die Farbe war auch gut! Also, äh, ab dafür! Und, ähm, raus! Das müsste jetzt auf Datasette 03 drauf sein! Schauen wir doch mal nach! Oh! Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich! Bist du irre? Das ist ja viel zu groß! So kann das doch niemand sch- Okay, na gut! Aber es war auch die falsche Datasette! Ich meinte doch nicht irgendwie die andere! Datasette 02! Ne, war der falsch! Das ist der Clown! Ahahaha! Oh! Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich! Hehehe! Bist du irre? Das ist ja viel zu groß! Zu groß? Ja, ja! Moment! Moment! Ah, die da ist es! Ah! Süßes, süßes Streicheltier! Oh! Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich! Hehehe! Bist du irre? Hm! Es ist schön flauschig! Und Zobelstreifen hat es auch! Aber es ist viel zu aggressiv! Wie soll man es denn so streicheln? Nimm es bitte weg! Bevor es noch jemanden beißt! Na gut! Aber es soll nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich mit einer Datasette im Fach hier vorbeikomme! Ich nehme an, ich muss das auch noch mit dem Clown machen, aber momentan möchte ich mal die simpelsten Lösungen angehen und zwar sein Gemüt wieder vertauschen! Und jetzt ist doch eigentlich alles super, oder? Es hat die passende Farbe, die passende Statur, die passende Behaarung, Gemüt und Extremität! Ist mir jetzt nicht ganz klar, wofür es Clown haben sollte, aber soll es ja nicht! Einzige was es brauchte von der Exe war die Größe! Ist das jetzt eins oder drei? Ich probiere es mit eins! Oh! Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich! Oh ja! Das ist genau richtig! Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht! Welch Wonne! Und jetzt gehst du zur Sitzung, oder was? Nein, Moment! Halt! Halt! Jetzt lass doch mal deine blöden Streifenzobel beiseite! Ich habe viel dringendere Dinge auf der Agenda! Streifenzobel sind nicht blöd! Sie sind... Vielleicht sogar Intelligoten auf! Das kennen wir alles schon! Ähm... Wir legen jetzt die Leute das nochmal ein! Und dann reden wir mit ihm! Ich überspringen wir den ganzen Dialog! Dann wird das Ding zu ihm rausgefahren! Und jetzt ist er doch... Jetzt müssen wir doch keiner den noch mitnehmen! Danke! Unbekannter elysianischer Bürger mit frappierender Ähnlichkeit zu unserem Klon Bediensteten und Inspektor Cletus! Du hast einen alten Mann sehr glücklich gemacht! Heißt das, du kommst endlich mit zum Ältestenrat? Natürlich, Junge! Sag einfach Bescheid, wenn du die anderen beiden überzeugt hast! Achso! Und Gedanken lesen kann er wohl auch, was? Na gut! Äh, dann zur Cocktailbar! Ich habe gehört, hier wird ein... ...Rufus vermisst! Bravo! Großartig! Da Capo! Da Capo! Haha! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe! Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen! Und was ändert sich jetzt? Also, ich finde es lustig! Was hat sich denn jetzt hier... Habe ich denn jetzt irgendwas... Also... Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden! Nicht solange hier kein akzeptables Essen serviert wird! Außerdem schwimmen nach wie vor Fische in den 4CL-Drinks! Also, wir brauchen einen 4CL-Drink, in dem kein Fisch schwimmt! Aber das hatten wir doch schon! Moment! Äh, ja gut! Ich mache es einfach nochmal! Oh Gott, Agathe! Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht! Halte durch, kleiner Tackleberry Finn! Ich mixe dir ein neues Heim! Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt! Ja, ich tue den einfach danei! Also, kann ich nicht! Ich tue das danei und tue den danei! Und dann tun wir das danei und danei und dann ist alles gut! Was ist jetzt das Problem? Der hat doch jetzt ein neues Heim! Oder sind das jetzt gerne 4CL mehr? Gibt es hier noch irgendwas anderes? Wie muss ich das noch mixen hier? Und jetzt? Wie fahre ich? Nein, stopp! Tackleberry Finn darf nicht in den Mixer! Seht ihr, das ist mir unklar! Ich weiß nämlich nicht, was mein Ziel hier ist! Wie soll ich denn ein Rätsel lösen, wenn ich nicht weiß, was ich tun will? Haha! Ich wusste doch, dass er mir einen Bartender verloren gegangen ist! Was? Was? Hä? Ach so! Ach, das war ein 2CL! Ach ja, okay! Ich habe die Größen gar nicht gecheckt! Ich habe also einfach nur 4CL in den Mixer packen müssen! Das war doch wohl ein 2CL Schottglas vorher! Dann kommt mir fischfreier Drink! Nein? Egal! Tatsache! Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass sie mich persönlich um dieses Problem kümmere! Und? Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden! Nicht solange hier kein akzeptables Essen serviert wird! Ja, aber, aber, aber! Essen! 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 Wie soll ich denn jetzt? Hm! Hm! Riesenmade! Da kommt mir eine Idee! Nein, doch nicht! Warte mal! Das würde niemals funktionieren! Egal! Äh, ich weiß es nicht! Ehrlich gesagt! Ich weiß auch nicht, wie wir den Kerl da jetzt massieren sollen! Und ich weiß nicht, wie wir in die Sauna kommen! Und ich weiß nicht, wie wir in die Sauna kommen! Das heißt, wir müssen uns... Wo, wo, wo wird das Essen hergestellt? Hm! Wir brauchen wieder was Kratziges für den! Äh, ja! Nicht kratzen! Ist schon gut! Und wir brauchen, ähm... Wir brauchen was Essbares! Und das hätte ich jetzt gesagt, müssen wir beim Wolpertinger Generator herstellen! Aber die Datasette ist ja schon mal ganz klar! Die muss so bleiben! Ähm... Ich glaube, jetzt kann man mal das hier! Moment! Wie jetzt? Ist die Show immer schon vorbei? Was für ein miserables Ende! Buh! Und frage ihn mal, ob er auch Unterhaltung möchte! Quasi ist das Teil der Sache, dass ich hier... Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden! Nicht so lange hier kein akzeptables Essen selbst... Nee, dem geht's wirklich nur ums Essen! Wo ich mir noch nicht ganz sicher, wofür... ...dieser Unterhalter hier... ...mütig ist, der Clown! Und solange ich das nicht weiß... ...nehme ich den einfach wieder mit und schau mal, ob ich mir im Wolpertinger gerade habe... ...Generator da nicht irgendwas zusammenmixen kann! Okay... Was würde denn lecker schmecken? Hm... Die Behaarung ist ja bei beiden keine im Prinzip... Das Gemüt... Das könnte man dem Clown mal rüber tauschen! Extremitäten... Auch sehr gut, ja... Mhm... Die Statur darf ruhig bleiben... Und die Farbe auch... Ach, ich hab keine Ahnung was... Ob das was bringt... Schauen wir mal! Puuuuh! Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt! Ich habe mein Publikum enttäuscht! Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche! Wie jetzt? Ist die Show aber schon vorbei? Was für ein miserables Ende! Buuuuh! Äh... Ich mein natürlich diese! Buuuuh! Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja gar nicht lustig! Ich habe mein Publikum enttäuscht! Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche! Wie jetzt? Ist die Show aber was für ein... Buuuuh! Naja... Einen guten Clown hatten wir doch schon! Aber was bringt uns der denn überhaupt? Was bringt uns der denn? Ich will noch eine Clown-Variante probieren! Und zwar tausche ich jetzt nochmal das Gemüt aus! Und lasse dem nur die Extremitäten! Das könnte doch was bringen! Da! Ähm... Ähm... Das ist dann wieder da, das hätte zwei, ne? Ja... Buuuuh! Buuuuh! Was soll denn das für ein Clown sein? Der hat ja gar keine lustigen Assoires! Ich habe mein Publikum enttäuscht! Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche! Wie jetzt? Was? Buuuuh! Ähm... Ne gut, dann kriegt er seinen Clown wieder! Aber wie geht's dann weiter? Ich brauche Ideen! Ich hab keine! Ihhh... Ah ne, ne, falsch! Jetzt haben wir einen bunten Clown! Mit normaler Statur! Normaler Behaarung! Und allem normal! Der Gencode eines Humanoiden! Mit roter Nase, bunter Haut und einem lustigen Gemüt! Genau! Das kam doch gut an! Bravo! Großartig! Da Capo! Da Capo! Haha! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe! Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen! Aber was bringt uns das? Das ist doch die eigentliche Frage! Die Nummer sparen wir uns fürs große Finale auf! Hm! Hm! Hey, kann ich die Datasette verwursten? Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten! Das ist ne Lüge! Und zwar ne ganz freche! Also ich mach jetzt einfach mal alle Klappen zu, von denen ich glaube, dass alles richtig ist! Aber hey, Moment mal! Die Datasette kann ich noch nehmen, aber die Klappe nicht zumachen! Aber der ist doch zufrieden mit seinem Streicheltier! Hm! Ach, ich weiß auch nicht! Ich glaube, das lösen wir einfach alles beim nächsten Mal! Also bis dahin! Tschüss! 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 Tschüss!